So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist gerade oder kurz vor 20 Uhr und vielleicht erwischen wir hier ein Tief. Und zunächst einmal kurz der Risikohinweis und dann schauen wir auch schon auf den Dow Jones Index. Hier habe ich den Index Future mitgebracht. Und heute Morgen hieß es noch ein Rücklauf, hier in dem Bereich von 16.090 wäre im Rahmen. Hier liegt eine gute Unterstützung. Aktuell durchbricht er diese mit der 4-Stunden-Kerze. Schauen wir kurz mal einen Stunden-Chart. Da sieht man, dass es hier auf dem 200er, gut, der Kursk aufgesetzt ist. Doch diese Kerze ist natürlich jetzt negativ. Ich finde, es könnte jetzt hier halt einfach ein Tief fehlen. Also wäre im Umkehrschluss eine Rückkehr bzw. auf dem aktuellen Niveau sind es rund 40 Punkte. Also steigt er auf dem aktuellen Niveau 40 Punkte an. Beziehungsweise ich rechne das mal mit Dow Jones dann um. Das dürfte dann die 16.200er Marke sein. Also kann er darüber schließen in der nächsten Stunde. Dann könnte man mit Stopp auf Low auf eine Erholung setzen. Aber da der DAX ja relativ schwach war ist, auch heute, da, wo haben wir denn den, machen wir erstmal kurz noch im Silber weiter. Dann klicke ich die anderen weg, dann kommen wir zum DAX. Ich habe mir das Chartbild schon rausgesucht. Also hier muss jetzt demnächst was kommen im Silber. Jetzt sind wir noch der alte Stopp. Der neue Stopp soll eigentlich 16.05 sein. Also kann man das schließen. Zu E.ON gab es einen größeren Rücklauf. Dann kamen wieder Käufer rein. Das Ausbruchsniveau wurde noch nicht ganz erreicht. Hier ist es gut unterstützt. Knapp unter der neuen Euro Marke. Ich bin da weiter optimistisch. Auch wenn es im DAX sehr bescheiden aussieht, sollte sich hier ein neues Hoch noch ergeben. Hier ist jetzt der DAX. Also, zu Wochenbeginn gab es kein Kaufsignal. In der Folge zeigte der DAX eben nochmal Schwäche. Hier lief er gegen 11 Uhr diese Marke an, die 9600er Marke. Hier wurde dann kurz ein Long aufgenommen. In der Hoffnung, dass es eben weiter steigt mit 15 Punkten oder 13 Punkten Verlust. Mit Spread waren es 15, glaube ich. ausgestopft. Zwischenseitig lag man auch nur 20 Punkte im Plus oder 25 maximal. Also hier Verlustrate, aber natürlich keine 100 Punkte mitgenommen. Hier war für mich dann der Tenor, dass es eben auf 9485 oder, ja, ich glaube 85 war es, oder 80 rum oder 75, 9475 eben runtergehen könnte und kann. Dazwischen war eigentlich für mich eher keine Unterstützung mehr da. Jetzt nachbörslich stehen wir exakt bei 9500 Punkten. Also rund 20 Punkte. Also hier könnte sich dann eben auch eine kleinere Aufwärtswirkung, aber natürlich antizyklisch anschließen. Dann haben wir den DAX, den DAO haben wir schon besprochen. Hier ein britisches Pfund, australischer Dollar. Das war ein Wochen-Setup letzte Woche. Lief perfekt hier ran. Konnte den Aufwärtstrend halten. Also hier passt alles. Ob man jetzt den Stopp, ja, nee, den Stopp würde ich noch unten behalten. Hier könnte auch noch ein T fehlen, aber bislang passt es. Also alles in Ordnung. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Bund Future kurz nachher. Kommen wir zu den Setups, die ich zwar vorgestellt habe, aber jetzt nicht ganz speziell hier getradet habe. Das waren MDAX-Werte. Das war die Achse Springer. Die haben sie jetzt unterschiedlich entwickelt. Überall war das EMA. Im Wochenchart der EMA 200, der Trigger, der sollte halten. Hier konnten deutliche Gewinne verbucht werden, aber auch nicht das Kursziel erreicht werden. Brenntag lief auch erst nicht sauber in dieser Woche. Sieht es natürlich nicht mehr schön aus. Aber solange das Tief eben noch hält, passt es. Hier wurde leider jetzt das Tief unterschritten. Das ist die Dür-Aktie. Ja, das sieht jetzt wirklich schwierig aus, aber ein Verkauf wäre das jetzt für mich noch nicht. Ein Wochenschlusskurs unter 56, da allerdings dann schon. Zu Continental hält sich gerade noch in dem Rainbow, aber war auch schon enttäuschend. Genauso wie ich es angesprochen habe, Daimler hätte auch schon höher laufen sollen. Da werden jetzt Donnerstag, also übermorgen Quartalszahlen erwartet. Die Bayer AG konnte zwischenzeitlich top performen, aktuell kam noch mal ein Rücklauf zustande. Die Heidelberg Zement ist in den Zielbereich reingelaufen. Allerdings, wie erwartet, nicht groß über die 68 Mark, konnte nicht angestiegen werden. Hier der Bund-Future, hatte ich heute Mittag schon ausführlich besprochen. Neues Hoch wäre im Prinzip wünschenswert, aber auch hier braucht es nicht unbedingt einen Hoch. Aber es kann sich hier auf jeden Fall noch ausdehnen. Also für mich bleibt es hoch, dann abwärts. Öl, da wird ein Trade eingegangen. Läuft jetzt mit dem kleineren Abverkauf jetzt bei der Nasdaq weiter nach unten. Aber hier war eben ein Twitter-Setup eigentlich da. Entweder Anstieg, direkter Anstieg oder eben noch ein Tief. Deutlich, beziehungsweise auf Schlusskursbasis sollte die auch über die Nacht hinweg die A2930 halten. Das war es jetzt erst einmal. Die Märkte sind definitiv schwierig. Ich versuche Intraday ein paar Pips rauszuschlagen, aber die, die ich vorgeschlagen habe, lief kurz auch die Twitter-Kürze ein Gewinn. Also hier muss man noch schneller, wahrscheinlich gerade auf steigende Kurse, Gewinne realisieren, bis sich in den Indizes ein Boden entwickelt hat. Aber es sind immer wieder Möglichkeiten da, auch antizyklisch die Märkte zu handeln. Danke und bis morgen.